Traumberuf Holzknecht? Doch, mir gefällt es. Mir gefällt es, ja. Wenn einem das keinen Spaß macht, dann werden wir es nicht lange machen, weil man sich da oft so schinden muss den ganzen Tag. Man schwitzt den ganzen Tag. Überall sind Viecher und Säcken. Aber wenn einem das gefällt, dann macht es Spaß. Forstwirte machen mehr als Baumfällen. Auch Naturschutz, Landschaftspflege und Holzbearbeitung gehören dazu. Wäre Forstwirt etwas für dich?